Radio Plasch, der Fähnungsgebung! Radio Plasch, der Fähnungsgebung! Hi, hallo Bogenbogenmädchen! Meine Damen und Herren! Wir schreiben das Jahr 2008, der 25. Februar. Montag, der 12. Videoblog. Langsam, kluge die Übersicht. Und wir essen Kekse. Im ersten Videoblog. Wir arbeiten auf den Samstag drauf hin. Auf die erste World Show. Auf die natürlich noch mehrere Folgen werden. Aber das ist die erste, in Ebenbüren, in der Scheune. Haben wir euch schon öfter erzählt. Wir wollen, dass ihr alle kommt. Ab 15 Uhr geht es los, Eintritt ist frei. Und wir haben heute mit dem Andi zusammen was Lustiges für euch aufgenommen. Die Playbacks, die wir schon erwähnt haben. Wir wollen euch nämlich auf die Bühne holen. Ihr sollt live mit uns eine Aufnahme machen. Kostet los. Ja. Und daraus entsteht eine kleine Studiosituation, bei der wir euch coachen werden, euch zeigen werden, worauf es ankommt. Aber ganz locker das Ganze natürlich. Keiner ist hier irgendwie unter Stress oder so. Ja. Und da haben wir ein paar lustige Sachen vorbereitet. Genau. Samstag um 15 Uhr in der Scheune in Ebenbüren. Und am darauffolgenden Tag, am 2. März, auch ab 15 Uhr, die erste offizielle Live-Game-Übertragung aus dem Reality-Studio. Mit der Bands. The Babylon Underground. Ab 15 Uhr. Guckt rein, es wird bestimmt eine lustige Sache. Wir werden hier ordentlich ein bisschen spielen und ein bisschen lustige Sachen erzählen bestimmt. Und wir wollen das in Zukunft nämlich euch anbieten. Ihr könnt mit eurer Band ins Studio kommen. Natürlich gerne eine Aufnahme machen und so weiter. Und dabei euch live im Internet übertragen lassen. Eure Fans einladen, live hier mit euch im Studio zu sein und sich das Ganze anzugucken. Ja. Super Werbung. Super Werbung, denke ich auch. Besser geht's nicht, ja. Und ich würde sagen, mir fällt jetzt erstmal nichts ein. Wir müssen auch gleich weitermachen. Ich würde sagen, guckt euch ein paar Bilder an, die wir für euch gemacht haben heute. Und bis nächste Woche. Bis Samstag. Oder bis Samstag auch noch. Besser. Bis Samstag. Alles klar. Tschüss. 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 So. Zuschauer zu können. Ach so. Och. Ja? Ja?